hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video nachdem wir im letzten video animation erstellt haben wir diese menschen beziehungsweise hier auch diese fahrzeuge können wir nun einmal das wetter und die uhrzeit einstellen und bevor wir das machen können wir einmal die fahrer hier ausblenden das heißt wir drücken einmal die taste g die animation bleiben bestehen allerdings sind jetzt die fahrer ausgeblendet wenn der computer hier an der stelle etwas ruckeln sollte bzw jetzt schon einfach nicht mehr hinterher kommt können wir auch einfach die animation hier rechts in den layern ausschalten und dann sollte der computer wieder halbwegs flüssig laufen so in dem fall lassen wir es einfach mal an und schwenken einmal auf unser gebäude gehen hier links auf das parameter symbol klicken einmal auf ort und können jetzt hier einmal in den karten die umgebung einfügen das haben wir schon gemacht wir haben das selber gebaut im archikat das heißt dieses feld brauchen wir nicht und können jetzt hier rechts einfach die uhrzeit einstellen je nachdem in welche richtung wie die uhrzeit stellen ändert sich natürlich die lichtstimmung also auch der sonnenuntergang ist dann etwas rötlicher und sonnenaufgang natürlich die sonne bewegt sich hier im hintergrund also im himmel sieht man dass die sonne sich bewegt und auch die länge der schatten dementsprechend stellt sich natürlich ein hier kann man natürlich jetzt keine pauschale angabe machen was am schönsten aussieht man probiert einfach ein bisschen aus vielleicht nimmt man nicht gerade die mittagssonne sondern eher so gegen abend oder gegen morgen und dann kann man das einfach mal hin und her schieben wichtig ist natürlich auch die ausrichtung also hier der dritte punkt in der anzeige und da können wir dann natürlich einstellen aus welche richtung dann in dem moment die sonne kommt dann können wir wieder zurückgehen hier oben unter parameter und gehen einmal in die wetter einstellung wir können hier links den slider ziehen einmal in die mitte bzw hier auf ein viertel dann entstehen im himmel wolken wir können es auf die hälfte ziehen da entsteht dann der regen und wenn wir es noch weiter rechts ziehen dann bleibt der feuchte boden erhalten aber es regnet nicht mehr und nach ganz rechts haben wir dann wieder die sonne ich stelle am liebsten hier auf ein viertel das heißt wir haben hier oben im himmel die wolken aber kein regen hier im rechten slider können wir dann die jahreszeit einstellen wir können hier ganz links bleiben da haben wir den sommer wir gehen hier auf ein viertel dann haben wir den herbst wir haben ja auch noch den winter mit den slider links dann auf regen stellen dann haben wir natürlich kein regen sondern schnee und dann haben wir natürlich noch den frühling und dann wieder den sommer je nachdem was wir für bäume im bild haben hat das dann eine größere oder kleinere auswirkungen ich lasse hier den slider auf sommer und das wetter hier auf ein viertel das heißt wir haben hier die wolken im himmel hier rechts haben wir noch globale einstellungen für das wachstum also wir könnten hier die bäume jetzt noch größer oder kleiner ziehen falls wir das nicht in den layern separat noch mal einstellen wollen die letzten zwei punkte hier in dem menü sind lichtmanagement und kamera das stellen wir allerdings hier nicht ein beginnen im nächsten video unter medien und erstellen denn hier einmal ein rendering wir erstellen auch ein video und stellen das sind separat in jeder erstellten animation ein vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten video